Wir gehen segeln! Aber eigentlich... Au! Der Ofen, das ist ja scheiße heiß. Ich bin beim Winter gegen den Fahnen gekommen. Okay, das war nicht so schlau. Ist das ein extra Kabel für die GoPro? Ja. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht, ne Björn? Ich glaube, ich kriege einen Brandblasor in meinem Po. Ich bin gegen den Ventilator gekommen. Was ich eigentlich sagen wollte, wir gehen segeln, und jetzt müssen wir auch segeln, weil Björn hat gestern den ganzen Tag das Boot aufgeräumt, um es vom Liverpool zum Segelklaren Boot zu machen. Da sind noch ein paar Sachen, da kommt aber gleich noch das Ding vor. Ja. 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 Es ist Ende Januar und wir sind Segeln. Eigentlich muss ich ja zugeben, dass ich überhaupt gar keine Lust hatte. Aber als ich gestern nach Hause gekommen bin, hat Björn schon das ganze Boot aufgeräumt, alles war klar. Und es ist auch schönes Wetter gemeldet. Wir haben relativ wenig Wind, kommen wir gut vorwärts. Und ja, es ist gar nicht so kalt. Also wir haben ganz gut Schnee, was da vielleicht auch so ein bisschen im Hintergrund überall sieht. Ähm, wir sind vielleicht so minus zwei Grad oder so jetzt gerade. Morgen soll es noch mal einiges kälter werden, aber jetzt gerade genießen wir einfach diesen schönen, ruhigen Segeltag. Schaut mal, wie schön es ist. Es sieht fast schon nach Sonnenuntergang aus, obwohl es jetzt vielleicht so, ja, zwischen zwölf und eins irgendwie ist. Gar nicht mal so unbequem. Ja, das glaube ich dir. Ich brauche Handschuhe, der Baum ist ziemlich kalt. Das sieht sehr süß aus. Wir fragen uns, warum denn du immer noch? Das ist ja, du wirst mit dem Zett. Also wenn du ein Karlauch geweest. Das ist ja, du wirst mit dem Zett. Ich wahrscheinlich schaffst uns durch den Zett. Der Baum ist sehr dreig. Ja, du hast du mit dem Zett. Ich würde jetzt da gerne nach Einmalen. Ich würde es nicht so, ja, du hast du mit einem Zett beherberen. Ich würde mich mal sehr, du bist. Aber du bist mit einem Zettel. Ich kann mich nicht so, ja, du bist mit einem Zettel. Ich würde mich nicht so, ja, du bist. Und du bist mit einem Zettel. Und du hast du ja, du bist mit eine große Dezettelung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Heute ist einfach mal gar kein Wind, von daher motoren wir jetzt von Oskarsburg-Festning zurück Aber es ist voll schön Björn Schild mit seinem Kaffee Und hier ist eigentlich krass, da ist so eine Unterwassermauer warm, damit da keine Boote durchkommen zur Beschützung von Oslo Ziemlich cool sah man gestern ganz gut diese Linie, aber ganz schön tricky, wenn man das nicht weiß Ja, da ist eine Robbenbar Da ist eine Robbenbar Wo man Robben mit irgendwas anlocken kann Siehst, sonst ist die nachher auf der Kamera bestimmt so rein gar nicht Und jetzt ist Schnee an der Kamera, oh nein Ist der angenehm, Frau Kapitänin? Ist akzeptiert Smutsche Oh mein Kette, okay Ja, nur mal Stopp sagen Okay Stopp Das war so 10 Minuten weiter Oh, unser Akku ist gleich leer Oh, danke schön Oh, danke schön Skull? Skull Da ist sogar noch ein Segelboot Самbevel Ich bin immer wieder Da ist auch noch ein Segelboot Das ist stirbeig, so ein Segelboot Du hast aber auch schon Oder in der oder? Du bist sprach